Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Schwertfischspieße vom Grill. Eine Abwandlung der aus der türkischen Küche bekannten Kebabspieße sind die nicht minder schmeckenden Schwertfischspieße vom Grill, die hervorragend mit einer schnell zubereiteten Walnussknoblauchsoße als Dip harmonieren. Die vorbereiteten Fischspieße eignen sich zwar sehr gut für die Zubereitung auf dem Grill, können aber auch in der Pfanne zubereitet werden. Dieses Gericht ist unter dem Namen Kelec Belayisiste eine beliebte Hauptspeise der türkischen Küche. Das Bild zeigt eine Schwertfischscheibe, vom Grill mit Beilagen, gegrillte Zwiebelhälfte, Tomaten, zyprische Pommes frites und grüner Salat. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Fischkebabspieße Ein Kilogramm frische Schwertfischfilets 25 große, unbedingt frische Lorbeerblätter Keine getrockneten Blätter verwenden Halbe Liter Wasser Marinade Große Zwiebel Zwei Esslöffel Zitronensaft von einer unbehandelten Bio-Zitrone Zwei Esslöffel gutes, extra natives Olivenöl Ein ein halber Teelöffel Meersalz aus der Mühle Ein Teelöffel Paprikapulver Halbe frisch gemahlener Pfeffer Zum Bepinseln Zwei Esslöffel Zitronensaft von einer unbehandelten Bio-Zitrone Zwei Esslöffel gutes, extra natives Olivenöl Frisch gemahlener Pfeffer Empfohlene Beilagen Portion Walnussknoblauchsoße Zwei unbehandelte Bio-Zitrone Folgende Utensilien werden benötigt Küchenwaage Messer Schneidebrett Fischpinzette oder Fischzange Zitruspresse Große Schüssel Schneebesen Vakuumierbeutel oder ein fester Gefrierbeutel Vakuumiergerät Topf mit Deckel Küchensieb Vier bis sechs Schaschlikspieße oder Holzspieße Kleine Schüssel oder Tasse Große Küchenpinsel Holzkohlegrill Ein Gasgrill Ein Tischgrill oder ersatzweise eine Grillpfanne Frischhaltefolie Küchenpapier Zubereitung Vorbereitung Fischfilets Die Filets unter fließendem, kalten Wasser waschen und gut trocken tupfen. Dann falls noch vorhanden die Gräten sorgfältig mit einer mit einer Fischzange ziehen. Danach die Fischfilets mit einem scharfen, biegsamen Fischmesser von der Haut lösen. Die so vorbereiteten Fischfilets in etwa zwei halbe Zentimeter große Würfel schneiden. Marinade Für die Marinade die Zitrone auf der Arbeitsfläche wälzen, so brechen die Poren auf, und es lässt sich mehr Saft gewinnen und auspressen. Zwei Esslöffel Zitronensaft in eine Schüssel geben und den restlichen Saft für später beiseite stellen. Das Salz, den Pfeffer und das Paprikapulver zugeben und so lange verquirlen, bis sich das Salz aufgelöst hat. Dann das Olivenöl zugeben und gut unterrühren. Vorbereitung Fischkebabspieße Die Marinade in einen Schweißbeutel geben, die Fischwürfel zugeben und vorsichtig locker in der Marinade schütteln. Dann den Beutel mit einem Folienschweißgerät vakuumieren. Alternativ die Fischwürfel in die Schüssel mit der Marinade geben und vorsichtig mit der Marinade vermengen. Dann die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken. Die so marinierten Fischwürfel mindestens drei Stunden bei Zimmertemperatur marinieren lassen. In der Zwischenzeit einen Topf mit dem einem halben Liter Wasser füllen und das Wasser zum Kochen bringen. Das Wasser einmal aufkochen lassen und dann die Lorbeerblätter einlegen. Den Topf abdecken und die Lorbeerblätter im Wasser 1,5 Stunden ziehen lassen. Nach dieser Zeit die Lorbeerblätter aus dem Wasser heben und gut abtropfen lassen. Falls Holzspieße verwendet werden, die Spieße in kaltem Wasser einweichen. Als Beilage die Walnussknoblauchsoße nach Rezept zubereiten. Vorbereitung Grill Die Holzkohle anheizen und zum Grillen vorbereiten. Holzkohle ca. 20 Minuten durchglühen lassen. Die Grillkohle gleichmäßig durchbrennen lassen und auseinander breitet. Die Kohle muss rot glühen und überall mit einer feinen, weißen Ascheschicht bedeckt sein. Erst dann kann der Grillspaß beginnen. Fischkebabspieße Die Fischstücke aus dem vakuumierten Beutel oder der Schüssel nehmen und leicht abtropfen lassen. Dann die Fischstücke abwechselnd mit je einem Lorbeerblatt auf die Spieße stecken. Die Fischstücke eng zusammenschieben, damit die Lorbeerblätter ihr volles Aroma an die Fischwürfel abgeben können. Zum Bestreichen den Zitronensaft mit dem Olivenöl verquirlen und mit etwas Pfeffer würzen. Die Fischkebabspieße rundum mit der Zitronen-Olivenöl-Mischung bepinseln. Dann die Spieße auf den inzwischen heißen Grillrost des Holzkohlegrills legen. Die Fischkebabspieße unter häufigem Wenden und vor allem bestreichen mit der Zitronen-Olivenöl-Mischung etwa 10 Minuten, innen noch leicht glasig und außen goldbraun knusprig grillen. Fertigstellung Während die Spieße grillen, die Zitronen unter heißem Wasser waschen, gut trocken tupfen und halbieren. Die fertig gegrillten Fischkebabspieße portionsweise auf vorgewärmten Tellern anrichten. Daneben je eine Zitronenhälfte anrichten. Die Walnussknoblauchsoße in kleine Schüssel füllen, extra auf dem Teller platzieren und die fertig angerichteten Fischkebabspieße sofort noch heiß servieren. Als Beilagen eignen sich Am besten wie empfohlen eine Walnussknoblauchsoße Alternative Soßen Diverse Dips wie Tzatziki, Knoblauchdip mit Auberginen, Knoblauch-Ingwer-Joghurt-Dip, Gurken-Basilikum-Dip, Limetten-Creme-Fraîche und so weiter je nach Geschmack. Diverse Soßen wie zum Beispiel Tzatziki, Melansini-Knoblauchsoße, Wasabi-Limetten-Joghurtsoße, Meerrettichsoße, Tartarensauce und so weiter je nach Geschmack. Zitronenkapernbutter Weitere Beilagen Frisch gebackenes oder vom Bäcker besorgtes Fladenbrot, Baguette, Ciabatta, Pide, Weißbrot oder Toastbrot mit Butter. Frische, selbst gebackene oder vom Bäcker besorgte Pide, Ciabatta, Baguette oder Weißbrot. Mitgegrillte Brotscheiben Diese vor dem Grillen mit Olivenöl beträufeln und dann mit einer halbierten Knoblauchzehe abreiben sowie mit etwas grobem Meersalz und Pfeffer würzen, gedämpfter oder gekochter Duftreis. Frisches, gegrilltes Gemüse wie gegrillte Auberginenscheiben, gegrillte Zucchinischeiben, Grilltomaten, gegrillte Paprikaschoten mit Tomatenknoblauchfüllung und Saatellen und so weiter je nach Saison. Frisch marinierter Blattsalat, Gemüsesalat oder bunt gemischter Salat je nach Saison und Geschmack. Diese Varianten gibt es. Statt Schwertfischfilets, dieser Fisch ist bedroht, eignen sich auch Kabeljau, Heilbutt, Dorsch, Lachs oder Thunfisch hervorragend. Die Marinade zusätzlich mit frischen Kräutern und Gewürzen wie Petersilie, Knoblauch, Chili und so weiter abschmecken. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!